Hallihallo und herzlich willkommen bei Miepel King und heute kommen wir noch einmal mit einer Essen-Folge und wir wollen die Underdogs küren oder drüber reden. Quasi die Spiele, die da draußen ganz klar vernachlässigt wurden und auf den anderen Kanälen noch nicht so üppig erwähnt wurden, zumindest aus unserer Sicht oder aus unserer Wahrnehmung und diesen kleinen aber fein Titeln wollen wir heute unsere Aufmerksamkeit schenken. Wir werden das Ganze auch wieder als Podcast hochladen, also fühlt euch All About Bread, wenn ihr dieses an den Ohren habt. Wir versuchen die Titel so gut wie möglich zu beschreiben, aber wenn ihr da zu viele Bilder sehen wollt, dann guckt halt bei BGG rein oder schaut einfach direkt ins Video rein. Das ist sowieso relativ praktisch, da kann man dann auch direkt Kommentare da lassen etc. Und ich würde sagen, wir fangen erst mal ganz kurz mit Titeln an, die wir supported haben oder für die wir ja Aufträge gemacht haben. Ja. Nicht, nicht, weil die uns dafür bezahlt haben, sondern weil wir darüber Videos gemacht haben und die einfach aus Überzeugung erwähnen wollen. Möchtest du mal eröffnen, Gordon? Soll ich dann gleich mit Nikojima eröffnen oder haben wir da einen Reihenfolge gemacht? Korrekt. Dann fange ich gleich mal mit Nikojima an. Da haben wir ein Video drüber gemacht, wie Martin gerade schon erwähnt hat. Es ist ein cooleres Jenga, wenn man es mal ganz grob umreißen will. Ihr baut quasi während diesem Spiel einen Turm auf aus Holzklötzen, wo so Schnüre dazwischen sind und dann muss man halt da Katzen ranhängen, so kleine, ich weiß gar nicht, ob die jetzt im Endeffekt aus Holz sind oder was genau. Wir hatten halt den Prototypen davon da und das hat richtig viel Spaß gemacht. Wir hatten das auch auf unserem Brettspiel Wochenende dabei und die werden es auch auf der Messe verkaufen, ganz normal, wenn ich das richtig verstanden habe. Und uns wurde damals halt so eine Deluxe-Version mit zugesichert, quasi mit als Bezahlung dazu. Und ich habe dann aber gesagt, hier, ich will unbedingt auch noch eins haben. Da haben wir die nochmal quasi angehauen, ob wir da irgendwie noch ein Exemplar, also ob die eins hinlegen können bei der Messe, dass wir das noch mit erwerben. Und deine Mutti, glaube ich, wollte auch noch eins, ne Martin? Meine Mama will auch noch eins und für das Kühlbild hier nehmen wir das Exemplar auch mit, weil der nicht auf der Messe sein kann. Also wir werden diesen Stand mit vier Spielen verlassen. Sehr gut, also der merkt das schon, das hat uns überzeugt. Das ist jetzt nichts besonders Kompliziertes, aber es hat einfach Spaß gemacht, dass man so einen kleinen Turm baut. Manchmal sagt man auch, also es ist eigentlich gegeneinander, manchmal hat man gesagt, komm, wir spielen jetzt mal miteinander und versuchen, den Turm so hoch wie möglich zu bauen, dass man irgendwie das höchste Level erreicht, weil irgendwann wird es wirklich sehr, sehr wackelig. Da gibt es schon sehr, sehr witzige Situationen. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Nekojima heißt das Spiel. Jetzt habe ich natürlich keine Halle oder so, das habe ich bei anderen Sachen auch nicht. Aber das kann man ja dann einblenden. Das stimmt, hast recht, ja. Andererseits kann auch jeder, und damit haben wir das an der Stelle auch gleich erwähnt, holt euch die App zur Spiel in Essen und die meisten Spiele könnt ihr da suchen, aber auch, also werdet ihr da finden, aber auch nur, wenn die Publisher die Spiele eingepflegt haben, ja, dann könnt ihr die da finden und könnt dann halt direkt eure Favoriten anlegen und dann zeigt ihr euch an, wo die sind. Oder ihr sucht halt einfach nach den Publishern, die müssten, glaube ich, sogar alle drin sein und dann könnt ihr dann halt über den Publisher da rankommen. Nekojima auf jeden Fall, von uns ein Geheimtipp aus Überzeugung oder ein Underdog aus Überzeugung. Das war ein kleiner Kickstarter, ganz letzter Satz, kleiner Kickstarter, der doch ganz schön groß geworden ist, so im Endeffekt. Hat uns überrascht, dass dann doch so viel Platz wurde. 250.000 oder so, ne? Ja, war echt nice. Das waren richtig viele. Wir machen direkt weiter mit Materia Prima von lieben Florian, da auch dieses möchte ich an der Stelle einfach mal erwähnen, da ist jetzt halt die Erweiterung, die Inquisition, entschuldige bitte kurz, die Inquisitionserweiterung ist rausgekommen und macht Materia Prima zu einem kooperativen Spiel, was ihr auch ganz entspannt mal abends, so eine Stunde dauert, eine Runde und ihr könnt euch da so durch die Kampagne gemeinsam spielen und das Schöne ist halt anders als im kompetitiven Spiel. Ihr versucht halt Rohstoffe auf eurer Seite der Map zu sammeln und euer Partner macht es auf der anderen, man trifft sich in der Mitte, man tauscht die Rohstoffe aus und guckt halt, dass man so gut wie möglich die Level schafft oder die Bedingungen erfüllt, um das Level zu schaffen und nebenbei versucht man sich aber auch coole Gegenstände zu schmieden, die man dann halt wirklich mit in das nächste Level mit reinnehmen kann, damit ihr später davon Vorteile habt. Also es sind Kampagnenmissionen, die mit eurem Equipment aufeinander aufbauen und schaut einfach mal bei Materia Prima stand vorbei, der Florian ist ein total dufter Typ und es ist ein Brettspiel aus Deutschland, warum nicht einfach mal da reinschauen und sich das Spiel ansehen. Ansonsten haben wir ja, ich denke, genug über Human Punishment gesprochen, nicht Human Punishment, Quatsch, Among Kites, aber das ist ja auch kein Underdog, ich will nur nicht, dass sich Stefan hier benachteiligt vorkommt, aber du bist kein Underdog, du bist auf Platz 1, also jammer nicht. So. Hast du noch was, sonst habe ich eine kleine Extra-Kategorie? Ne, ich habe nichts, ich bin gespannt, Underdog, ich glaube, wir haben ja so ein bisschen, ja, wir fangen mal an, machen mal deine erste, deine andere Kategorie. Also, ich mache erst mal meine andere Kategorie und die heißt Spiele, die ich Gordon zeigen will. Und das, 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 auf dieser Kategorie sind zwei Spiele, die Underdog sind, die ich aber schon gespielt habe und die ich unbedingt Gordon zeigen will. Und da haben wir zum einen Knee Deep in Hexes, das haben wir auf der, oder haben Jan und ich auf der BerlinCon gespielt. Die Jungs werden nächstes Jahr im Januar oder Februar, Januar glaube ich, werden die ihren Kickstarter raushauen und es ist einfach ein Skirmish-Game. Eins gegen eins, extrem gestreamt auf das Spiel. Es gibt nur drei Einheiten, mit denen ihr euch da gegenseitig auf der Map die Köpfe einhaut. Aber jeder baut sich aus zwei verfügbaren, also es gibt mehrere verschiedene Decktypen, die auch einem Charakter zugeordnet sind. Also ihr nehmt zum Beispiel den Ingenieur und den Saboteur und die schiebt ihr zusammen, macht daraus euer Deck und dann habt ihr halt immer Handkarten und mit denen könnt ihr dann noch den einfachen drei Einheiten, die ihr habt, noch verschiedene Fähigkeiten zuweisen, dann im Spiel spontan. Mir hat das Spiel richtig Spaß gemacht und ich will das Gordon auf jeden Fall zeigen. Wir haben auch schon einen Termin bei den Jungs, da werden wir hingehen und werden über den ihre neuen Spiele sprechen und ich werde mit Gordon auf jeden Fall eine Runde Knee Deep in Hexes spielen, weil der hat das halt noch nicht gespielt und ich kann mir vorstellen, dass dir das gefällt. Also ich fand es sehr, sehr nice. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Und dann habe ich gleich noch so ein Spiel, was ich dir unbedingt gerne zeigen möchte und das ist Galaxy Postman vom guten David. Und zwar Galaxy Postman habe ich mit David vor drei oder vier Tagen war es online gespielt über TTS. Seine Galaxy Postman Kickstarter Kampagne ist ja jetzt seit, ich glaube, ein oder zwei Monaten durch und ist leider, ich würde es nicht gefloppt nennen, also sie wurde finanziert, aber sie war nicht so stark finanziert. Also sie hat gerade so ihr Finanzierungsziel erreicht, war nicht anders so stark finanziert wie, wie heißt es? Der komische Name von seinem anderen Spiel. Roll for the Great Old Ones meinst du? Oder was meinst du? Ne, das davor. Ach du, du meinst Wutaki, meinst du? Wutaki, genau. War nicht so stark finanziert wie Wutaki und ich glaube, ein ganz großes Problem war, dass dieses Spiel sich bei Leuten in dem Kopf festgesetzt hat als Pick-up-and-Deliver-Game und ich habe es gespielt. Ich fand das vom Design her echt cool und es ist nicht so richtig ein Pick-up-and-Deliver. Ihr versucht verschiedene Spots auf der Map abzulaufen oder neue Map-Tiles zu entdecken und könnt halt auf verschiedenen Tiles, da delivert ihr sozusagen euer Paket, aber eigentlich, also ihr fliegt nur drauf und gebt euer Paket ab und dafür bekommt ihr einen coolen Effekt und dann gibt es halt andere Stellen, da sitzen kleine Aliens, wenn ihr da hinfliegt, könnt ihr mit einer Aktion die quasi zurück beamen und auch dafür bekommt ihr coole Effekte und ihr seid immer so ein bisschen am gucken, wo lohnt es sich jetzt gerade auf der Map hinzufliegen, was kann ich machen und das Ganze ist ein Dice-Placement-Spiel. Also ihr habt so euer Schiff, das könnt ihr auch verbessern. Das hatte für mich so ein bisschen Vibes von Tavern im tiefen Tal, wie ich habe meine Taverne und pack da meine Würfel drauf. Genauso packt ihr die hier auf euer Schiff und löst dadurch verschiedene Effekte aus, die ihr dann noch im Laufe des Spiels noch so ein bisschen verstärken könnt. Und dieses Spiel wurde, ist auf jeden Fall aus meiner Sicht deutlich unterfinanziert gewesen und ich will das Gordon gerne mal zeigen. Deswegen schaut doch gerne mal am Stand von Galaxy Postman rein und vielleicht kann euch das Spiel ja auf der Messe doch noch überzeugen, denn der Late Pledge ist, glaube ich, noch nicht mal offen. Gordon, jetzt zeig mir deinen Unterhund. Also, dann fange ich mal mit einem Spiel an, was vielleicht wirklich so ein bisschen Underdog ist, weil ich habe auf jeden Fall welche, die hat man schon mal gehört, aber die wollte ich einfach nochmal auf jeden Fall wehen. Dann fangen wir an mit Die Ratten von Vista. Hast du das auch irgendwo gesehen, mal gehört, weiß ich nicht? Hast du das schon? Muss ich mal kurz gucken, dass ich meine übe. Die Ratten von Nizza habe ich hier. Rats of Vista heißen die und das ist von den Machern von Wasserkraft, also von den Designern von Wasserkraft, wird auch bei Cranio Creations quasi rausgebracht. Es kommt im Januar auch auf Deutsch beim PD-Verlag. Die haben das sogar drin geschrieben, dass es verkauft wird, aber ich habe jetzt schon in irgendeinem Forum, weil ich hatte mich ein bisschen informiert, es wird noch nicht auf der Messe verkauft, zumindest nicht die deutsche Version, aber die englische ist, glaube ich, schon verfügbar. Ich werde die vielleicht auch nochmal anschreiben, ob das wir das vielleicht mal gezeigt bekommen, weil es sieht ganz cool aus. Hast du dir nebenbei so ein Bild mal aufgemacht bei Board Game League? Ich habe es ja, ja selbstverständlich, ich bin ja Profi. Ja, selbstverständlich. Wir haben unsere Titel vorher nicht ausgetauscht, also das, was Grodden mir erzählt, das weiß ich noch nicht und andersrum ist genauso. Ich finde, so ist es immer für alle Beteiligten etwas spannender und ihr könnt meine Real Reaction sehen. Also erstmal fand ich, hat mich das Design halt angesprochen, also ich habe es wegen dem Cover quasi mir genauer anguckt, aber es ist ja öfter mal der Fall. Es ist, glaube ich, ein klassisches Euro-Game, wie ja auch Wasserkraft an sich, welchen Euro-Game ist und ihr spielt über fünf Runden bei dem Spiel und ihr seid Ratten, die aus dem Wista, ich weiß nicht, wie man das ausspreche, Wista, Wista-Institut entkommen sind und versucht quasi eure Familie aufzubauen und zu führen und zu rumzuführen. Das ist jetzt so die grobe Thematik und ich finde aber auch, dass das Thema insgesamt in dem Ganzen, also alles, was so grafisch heißt, sieht das richtig, richtig cool aus. Ihr habt dann halt die verschiedensten Mechaniken und Punkte zu sammeln, viel mehr ist tatsächlich leider noch nicht bekannt, aber es gibt nur einen kleinen Text bei Board Game Week, was da so grob drinsteht, viel noch vom Thema da drin und es ist halt wieder eins bis vier Spieler, ganz klassisch Euro-Game und ich so 90 bis eine Minute bis zwei Stunden stand, glaube ich, da. Es ist immer so die Frage, Euro-Games, ganz klassisch, sind ja eigentlich nicht mehr so mein Ding, was mich so interessiert. Da muss schon das Thema irgendwie cool sein und irgendwie fand ich das Ratten-Thema irgendwie ganz niedlich. Ich habe mir auch noch den Preis aufgeschrieben, ich glaube 60 Euro soll es auf der Messe kosten und angucken will ich mir das auf jeden Fall mal. Ich finde es einfach, es sieht ganz niedlich aus. Auch von dem Mechaniken her, ich hoffe mal, dass es nicht allzu kompliziert ist, weil es geschreckt mich immer ein bisschen ab, wenn es halt dann so extrem 2,75 steht hier bei Board Game Week. Schauen wir mal, wie sich das macht. Das ist mein erster. Was, 3,75? 2,75. 2,75. Okay. Ich habe mir unser YouTube-Video nochmal angeguckt, wo wir über die 10 Top-Titel geredet haben in der aktuellen BGG-Essen-Neuheitenliste und darunter haben ja unsere Mitglieder, Abonnenten oder eben auch die neuen Zuschauer des Videos gepostet, welche, also was sie noch so für Tipps hätten, was sie sich angucken würden. Da waren so 2, 3 Spiele dabei, die fand ich recht interessant, habe dann aber so wie du gerade sagst, das sah schon sehr kleinteilig aus und ich habe so auf die Complexity geguckt und da stand irgendwas von 4, irgendwas. Oh, das war mir dann ein bisschen zu doll, muss ich sagen. Also ich gucke dann mittlerweile auch eher so ein bisschen nach den gestreamlinteren Titeln. Dann hatte jemand reingeschrieben, dass er Weimar, der Kampf für die Demokratie, total cool fand und ich habe das angeklickt. Es ist halt so überhaupt nicht mein Thema, sieht auch echt ein bisschen komisch aus, aber ich habe so die, die kommen von Skellig Games raus und ich habe da mal so kurz reingeguckt, die Playboards und so, sieht alles interessant aus, also es sieht aus, als ob man da richtig cool was machen könnte, aber auch das Spiel, richtig komplex und als es dann hieß, naja, die Spielzeit wird immer so um die 6 Stunden sein, vielleicht ein bisschen weniger, aber so in dem Dreh. Genauso wie du gerade guckst. Okay. Es ist angesetzt, steht auf der Packung drauf, 360 Minuten das Spiel. Und das war dann der Moment. Alter. Nein. Computer sagt nein, Martin ist raus. Das muss halt echt nicht sein. Ne? Oh, jetzt heißt es gerade zu. Egal. Nicht so schlimm. Fight for Democracy. Ach doch hier. Fight for Democracy. Also mit so einem Deutschlandfahner als Cover. Also so quasi. Okay. Okay, ja. Oh, verstehe. Oh, wenn das so lang sein. Ja, okay. Die Playerboards sehen ganz nice aus, so vom, aber wow, das sieht schon aus, als ob man wirklich, das müsste schon was krasses sein, damit mich das dann catcht, glaube ich, aber nicht Weimar, weiß ich jetzt nicht. Ich habe auch öfter gehört, haben viele, also haben einige geschrieben, auch unter den anderen Videos habe ich das öfter schon mal gelesen, dass viele sich das unbedingt angucken wollen. Ich glaube, ja, wenn man halt, jo, kranke Brecher mag, dann mag das ein geiles Spiel sein, aber ich glaube, das wäre jetzt auch nichts, wo ich jetzt sage, oh ja, da muss ich unbedingt nicht unbedingt mal anschauen. Es ist halt auch tricky für eine Messe, ne, also sich das erklären zu lassen, das wird wahrscheinlich schon Ausmaße annehmen und dann da reinzuspielen. Ich meine, du hast ja dann so einen kleinen Prozentsatz von dem, was du, was am Ende bei rauskommt, was du dir angeguckt hast, dass das vielleicht von der Bewertung her unrealistisch ist, aber Weimar Kampf um die Demokratie, wer da Bock drauf hat. Ich finde, es sieht nicht uninteressant aus, aber mit sechs Stunden sprengt es ganz klar den Rahmen meines Möglichen für meinen Freundeskreis und meine Umgebung. Ich wollte es nun mal erwähnt haben. Ich würde aber direkt noch weitermachen, weil ich wollte eigentlich damit nur sagen, dass ich mir die YouTube-Kommentare durchlese. Sehr vorbildlich von dir. Machen wir immer alle. Wir lesen alle Kommentare, das kann man ja mal sagen, das auf jeden Fall. Ja, ich weiß zwar nicht immer, was ich auf manche Kommentare schreiben soll. Ja, mein Gott. Aber grundsätzlich, okay. Dann ein Spiel, was wir Anfang des Jahres schon mal erwähnt haben. Da haben wir ein Spiel über Upcoming Kickstarter gemacht und das Spiel hieß Flö oder Flö. Ah, okay. Ich habe erst überlegt, ob ich es bei mir rauf tue, aber irgendwie habe ich nie so richtig was dazu gefunden. Die werden es da haben oder was? Weil der Kickstarter soll ja irgendwie erst kommen. Genau. Der Kickstarter kommt tatsächlich diesen Oktober jetzt. Wir haben Anfang des Jahres schon darüber berichtet, weil eigentlich sollte der da auch irgendwo in dem Dreh kommen. Das hat aber anscheinend nicht funktioniert. Und der Kickstarter von, ich sage jetzt einfach mal, Flö wird im Oktober kommen. Wird im Oktober kommen. Also vermutlich kurz nach der Messe in Essen. Und das würde ich mir auf jeden Fall sehr gerne angucken. Es waren damals schon eher so nebulöse Infos über dieses Spiel zu haben. Also es ist von den Designern von Endless Winter und Parks. Hast du denn das gefunden in der App, Martin? Hast du das? Also weil ich habe es nicht gefunden gehabt dann. Sind die da? Du findest Pika Games bei den Publishern. Also sie sind da. Okay. Und sie sind tatsächlich auch in der Boardgame-Geek-Liste drin. Okay. Aber stehen halt unter Demo. Ja klar, wollen ja erstmal Kickstarter. Auf jeden Fall habt ihr anscheinend einen Helden und müsst über so eine Eislandschaft drüber laufen. Das Movement soll wohl relativ interessant sein, weil ihr es nicht auszählen müsst. Ich habe aber auch nicht so ganz verstanden, wie das Movement läuft. Und ihr findet da Gegenstände, um euren Helden zu equippen und besser zu machen. Und viel, viel mehr Infos. Gibt es zu diesem Spiel eigentlich nicht. Es sieht halt super niedlich aus und wir werden definitiv mal vorbeigehen und uns das Ganze anschauen. Ja, grafisch sieht das wirklich mega, mega cool aus. Also wirklich nice. Ja. Okay. So, dann mache ich mal weiter. Jetzt, also ist jetzt kein krasser Underdog, aber ich wollte einfach mal drüber sprechen, weil ich bin ja absolut gar kein Solo-Spieler. Das weißt du ja. Ich habe, glaube ich, auch noch nie was Solo wirklich gespielt. Aber, wenn es um meinen Lieblings-Publisher geht, mache ich da mal eine Ausnahme. Äh, 20 Strong. 20 Strong von Chip Theory Games oder auch von Frosted Games wird auf der Messe verkauft. Also ich habe viele gegenteilige Sachen gehört, aber jetzt hat Frosted Games gesagt, die haben wohl ganz wenige Exemplare da. Und die haben ja einen Stand zusammen mit Chip Theory Games. und es ist wirklich ein Solo-Spiel, wo ihr quasi die Grundbox kaufen könnt und dann gibt's verschiedene Themensets. Und der Grundaufbau des Spiels ist so, dass ihr 20 Würfel habt, 20 Strong, und ihr versucht euch quasi durch so ein Kartendeck durchzuspielen, wo ihr ganz viele verschiedene Gegner sind. Und das Standard-Set war so, ähm, Solar Sentinels, warte mal, was hat ich mir aufgestellt? Genau, Solar Sentinels hieß das Standard-Themenset. Das waren so Space Monster, die sahen ganz abgefahren aus. Und die Karten waren natürlich wieder richtig krass mit so Foile-Effekten und so Glitzer drauf und weiß ich nicht. Und die anderen Sets sind von ihren anderen Spielen... Foile-Effekten? Foile-Effekten, genau. Folgen Glitzer-Effekte drauf. Und die anderen Themensets waren Too Many Bones und Hoblomachus Victorium. Und du kannst auch so ein Bündel kaufen, wo alles dabei ist. Und das ist, glaube ich, das erste Solospiel, was ich mir mal zulegen werde. Oder dass wir da irgendwie vielleicht ein Exemplar bekommen können. Aber ich denke tatsächlich, dass das sehr, sehr begrenzt sein wird. Aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, Too Many Bones zum Beispiel, gibt's ja jetzt auch auf Deutsch, auch auf der Messe. Aber die haben, haben sie gesagt, 200 Exemplare. Jeden Tag wird's 50 geben. Also bei Too Many Bones wird's ganz, ganz schwierig. Die kriegt man, also die Vorbestelleraktion ist auch abgebrochen, weil die haben alles schon verkauft, was sie im ersten Print dran gemacht haben. Das heißt, man muss jetzt wirklich Glück haben. Entweder auf der Messe oder bei irgendeinem Händler, der es halt auch vorbestellt hatte bei Frosted. Also krass, die komplette deutsche Erstauflage von Too Many Bones ist, denke ich, quasi ausverkauft. Also freut mich ja. Dann kommt vielleicht das andere Zeug auch noch auf Deutsch. Aber es scheint so, als wäre es damit sehr erfolgreich. Und das 20 Strong würde ich mir einfach gerne mal angucken. Ich hab's tatsächlich aber auch noch nicht viel gehört, dass irgendwie Leute groß überredet haben. Weil es ja wirklich auch ein relativ kleiner Titel ist. Ja. Aber wenn die Leute so viel Too Many Bones kaufen, kriegen wir vielleicht noch ein paar Klicks auf das beste deutsche Erklärvideo für das Base Game Too Many Bones. Schaut's euch an, Leute. Okay. Dann habe ich das Spiel Delta. Delta. Genau, mach es kurz auf. Delta. Und zwar ist es ein, ja, Adventure Game. Also ihr spielt, was heißt Adventure Game? Es ist eigentlich mehr ein Euro Game. Ihr spielt gegeneinander mit bis zu vier Spielern. Und jeder von euch hat so sein eigenes kleines Board. Und ihr habt Handkarten. Und da sind so Expeditioners, also Erkunder, Entdecker drauf. Und die weist ihr einem von drei Slots zu auf dem Spielbrett. Also es ist ein dreigeteiltes Spielbrett. Ihr könnt in der Mitte, könnt ihr entdecken gehen und da eure Fahne stecken. Dafür bekommt ihr was. Ihr könnt halt links neue anwerben oder ihr könnt rechts halt so ein bisschen forschen. Glaube ich war das. Und wenn ihr eure Entdecker da irgendwo hinlegt, dann lösen die da Effekte aus. Und können halt noch Spezialeffekte auslösen, wenn sie halt eben diese dabei haben. Und die werden dann immer am runden Ende, meine ich, werden die abgeräumt und kommen bei euch in den Ablagestapel. Und wenn ihr das geschickt anstellt, könnt ihr, ihr könnt immer einen dieser Ablagestapel wieder auf die Hand nehmen. Und wenn ihr halt richtig viele Karten in einem hattet, dann habt ihr halt die Möglichkeit, einen richtig dicken Ablagestapel wieder auf die Hand zu nehmen. Und seid halt in der Runde danach stärker. Also es hat doch so ein bisschen Management ist mit drin, welche Figur ich wohin lege. Und wann will ich den Ablagestapel dazu wieder aufnehmen, um die wieder verwenden zu können. Es gibt hier wohl, gerade wenn man zu viert spielt, einen extrem krassen Run auf verschiedene Spots und Siegpunkte. Also die Spielerinteraktion entsteht hier, weil man sich wirklich richtig hart Sachen wegnehmen kann. Und ich fand das halt erstmal vom Artwork her irgendwie ganz cool. Ja, finde ich auch. Und sieht halt irgendwie ganz nett aus. Das ist so ein bisschen Steampunk-Abenteuer. Sieht irgendwie ganz nett aus. Der Boardgame-Digger hat dazu ein Video gemacht. Das ist das einzige deutsche Video, was es dazu gibt. Und da erklärt er das Spiel auch ein bisschen und geht so ein bisschen drauf ein. Also könnt ihr ganz gerne mal reinschauen in das Video. Dann könnt ihr noch was über das Spiel Delta sehen. Das würde ich mir auf jeden Fall auch mal zur Gemüte führen. Ich befürste fast, dass es mich nicht vom Hocker reißen wird, weil ich bin gespannt, was es jetzt anders macht als andere Spiele, die ich schon habe. Aber irgendwie sieht es doch ganz cool aus. Und mir gefällt der Mechanismus mit den Karten da im Friedhof, wo man so ein bisschen handeln muss. Wann geht welche rein? Wann kriege ich welche raus? Und die Spielereihenfolge, also links hast du so Zahnräder und die Spielereihenfolge legt sich immer dadurch fest, wer am weitesten oben ist mit den Zahnrädern. Du kannst aber auch mit den Zahnrädern richtig krasse Effekte auslösen oder Sachen kaufen und dann gehst du halt runter. Also du tauschst deine Spielereihenfolge quasi gegen krasse Effekte und musst dann halt immer gucken, was ist dir jetzt in dem Moment halt wichtiger. An sich erstmal ganz interessant. Schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Das Spiel Delta. Ja, dann habe ich, du hast Fynn quasi schon drüber gesprochen oder so halb haben wir drüber gesprochen. Hodari-Spiele, Roll for Great... Die Great Old Ones. Da ist irgendwo ein Sir drin. Ne, ist kein Sir drin. Roll for Great Old Ones. Ah, okay. Genau. Von Hodari-Spiele ist das. Ich habe das tatsächlich auch bei Kickstarter auch unterstützt. Also auch von David, der auch Galaxy Postman gemacht hat. Genau, richtig. Wer aufgepasst hat, der hat das mitbekommen. Genau, das ist ein Roll-and-Wide-Spiel, aber halt im Cthulhu-Universum. Und ich habe das auch bei Kickstarter unterstützt. Das heißt, wir können es auf jeden Fall abholen. Ich glaube, ich habe nämlich Essen Pick-Up ausgewählt, weil ich habe auf jeden Fall keine Versandkosten mehr im Nachhinein bezahlt. Das sollte für uns da liegen. Ja, nice. Und es ist halt Loft-Restream und ihr habt ein so ganz klassisch, ihr seid halt Ermittler, die versuchen gegen das Böse vorzugehen und ihr versucht quasi zu verhindern, dass irgendwie diese schwarzen Siegel geschlossen werden und das Ritual vollführt wird. Und das macht ihr so im Roll-and-Ride-Style und könnt halt damit mit den Würfeln halt verschiedene Aktionen programmieren. Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, so ein relativ komplexes Roll-and-Ride, auch wenn ihr euch mal jetzt die Bilder... Drei von fünf. Ja, wenn ihr euch mal auch die Bilder anguckt, auch die ganzen Sheets, die da sind. Also sie sehen auch grafisch richtig cool aus, aber da ist eine Menge, was man machen kann. Das Coole ist, dass es natürlich, weil es halt von Davids auch auf Deutsch rauskommt. Das heißt, da ist jetzt die Sprachbarriere schon mal weg und ich weiß nicht, ob das viel Beachtung bisher bekommen hat. Und ich finde, dass das sehr, sehr cool aussieht. Deswegen, ich werde es eben mitnehmen, aber angucken wollte ich es mir trotzdem auf jeden Fall auch mal da, dass man schon mal so einen kleinen Überblick hat. Und ich glaube, deutscher Publisher, da kann man auch durchaus mal drüber reden, haben wir ja mit Galaxy Postman eben auch schon gemacht. Aber schaut euch das gerne mal an. Ich denke, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ich denke, er wird das auf der Messe verkaufen, weil der Kickstarter wurde jetzt auch schon ausgeliefert. Und das soll, glaube ich, irgendwie so 39 Euro kosten. Also ist nicht ganz günstig für Roll-and-Ride, aber es ist halt auch wirklich eine Menge, die man da machen kann. Auch irgendwie mit Custom Dice, glaube ich, ziemlich coole. Das hat er auch im Kickstarter damals geschrieben in den Updates. Haben so noch ein bisschen rumprobiert. Die sehen jetzt auch ziemlich nice aus. Also schaut euch das gerne mal an, wenn ihr euch für Roll-and-Ride-Spiele und fürs Lovecraft-Team vielleicht interessiert. Witzig, ich habe ja mit David gesprochen, weil ich mit ihm Galaxy Postman gespielt habe, haben wir uns tatsächlich auch unterhalten nebenbei. Und er hat gesagt, ihm ist es halt so, er sucht sich immer Themen raus bei Spielen oder Spielarten, sowas wie Roll-and-Ride, wo er sagt, das kann er überhaupt nicht leiden. Das gefällt ihm nicht, das macht ihm keinen Spaß. Und dann nimmt er sich dieses und sagt, komm, ich will jetzt ein Spiel entwerfen mit dieser Art von Spiel, die dann Spaß macht. Deswegen hat er Roll for the Great Old Ones gemacht und sagt auch, Pick-up-and-Deliver, konntest du ihm mitjagen. Findet er absolut furchtbar. Und deswegen hat er quasi Galaxy Postman entworfen. Was ihm da jetzt halt wahrscheinlich so ein bisschen auf die Füße gefallen ist, ist das Pick-up-and-Deliver bei vielen. Viele sagen, nein, danke, finde ich scheiße. Und dann halt so seinem Galaxy Postman in dem Fall dann eben auch keine Chance geben, weil dieser Begriff vorbelastet ist. Wir hatten das letztens schon mal Thema Stichspiele in Bezug auf das Kartenspiel. Heroes of Xander. Ja, genau. Dankeschön. Heroes of Xander. Ich weiß gar nicht, ob die auch auf der Messe sind. Auf jeden Fall ist der Kickstarter gerade durch für das Spiel. Mhm, das stimmt. Ach, diese Namen immer. Das ist so kompliziert. Ich kann die echt so bei backen. Ja, die Zeitung man fiel, ne? Während des Quatschens kann ich, habe ich echt Probleme, diese Begriffe abzurufen in meinem Schädel, ja. Ich mache weiter und ich habe noch das Spiel, ich würde es nicht falsch aussprechen, aber ich würde sagen Kel-T. Wie schreibt man das? Kel-T. C-E-L-T-A-E. Das ist auch gar nicht so weit. Das ist relativ weit oben, sogar noch mit in der Liste. Auf dem Bild ist so eine rothaarige, nordisch angehorfte Frau drauf, würde ich sagen. Das Cover finde ich extrem ansprechend. Und es gibt hier so ein großes Spielbrett und man hat da so einen schwarzen Stein. Und immer wenn du dran bist, bewegst du diesen Stein entweder eins, zwei oder drei Felder weit. Und je nachdem, wo du ihn hinbewegst, kannst du nur auf verschiedene Aktionen zurückgreifen, die du machen kannst. Bewegst du ihn ein Feld weit, kriegst du sogar einen Punkt. Bewegst du ihn zwei weit, passiert gar nichts. Und bewegst du ihn drei weit, müsstest du drei von den Punkten bezahlen, von denen du einen bekommen hast, also nur einen bewegt hast. Das heißt, du hast schon ab und zu mal die Möglichkeit auch zu sagen, komm, ich laufe jetzt drei Felder, weil da hinten ist genau die Aktion, die ich jetzt machen muss. Aber im Großen und Ganzen wirst du nur ein, zwei Felder weit laufen können. Und deswegen musst du halt mal gucken, was machen die, also was haben die anderen Spieler in dem Moment jetzt gemacht, wie weit sind die gelaufen. Und ich komme dann halt nur an entsprechend nahe Aktionen eben ran. Dann hast du verschiedene Arbeiter, die du mit denen auf dem Board aber auch immer wieder austauschen kannst, um dir selber Vorteile zu verschaffen. Und so rotierst du mit diesem schwarzen Stein eigentlich immer um diesen Mittelpunkt herum und suchst dir dann eine von den Aktionen aus, wo der Stein liegt und versuchst damit dann halt eben bestmöglich dein Dorf aufzubauen. Und mir gefällt halt so die Optik vom Cover und irgendwie sieht es ganz interessant aus mit diesem Rondell-Mechanismus. Du hast ja auch schon ein Spiel von dem Artist, ne? Ich habe gerade mal geguckt, weil es mir auch sehr bekannt vorkam vom Art-Style her. Endless Winter hat der auch gemacht und diese ganzen Riders of the North Sea und sowas, die ganzen Spiele habe ich nämlich, das kam mir so bekannt vor so der Sache. War der auch dabei, ja. Ja, es sieht cool aus, also auf jeden Fall. Also nicht der Designer, sondern der Artist auf jeden Fall. Sehr cool. Der Art-Style meinst du? Ja, genau. Das werde ich mir auf jeden Fall auch mal mit dir angucken. Mal schauen, wie es ist. Das schien so relativ einfach und verständlich zu sein. Ja, stimmt. Wenn man sich jetzt hier die Karten anguckt, dann erinnert es doch sehr stark an Endless Winter. Und dann schauen wir einfach mal, das scheint auch ein bisschen asymmetrisch zu sein, dann schauen wir einfach mal, was da so geht. Ja. Gordon. Einen Titel habe ich noch. Was hast du noch? Okay. Dann habe ich noch einen, den kennen wahrscheinlich viele tatsächlich, aber ich habe hinterlegt, nehme ich ihn rauf, nehme ich nicht rauf, aber ich habe mich nochmal genauer damit beschäftigt. Septima, kommt bei Skellic Games raus, ist von Mindclash Games. Haben wir uns auch schon mal auf dem Kanal definitiv darüber unterhalten, weil ich damals ja auch überlegt hatte, in den Kickstarter reinzugehen. Ich bin da doch nicht reingegangen und habe mich jetzt nochmal genauer damit beschäftigt und ich will es mir auf jeden Fall mal angucken, weil es soll grundsätzlich erstmal das zugänglichste Mindclash Games sein. War jetzt komisch. Aber Voidfall haben die gemacht, Rikerion haben die gemacht, Anacrony haben die gemacht, nur dass ihr mal so ein großes Bild habt. Also ganz viele richtig kranke Eurobrecher wirklich, also was richtig Großes und da soll das Spiel halt nicht so groß sein, auf jeden Fall unter zwei Stunden zu spielen. Und thematisch ist es so, dass ihr quasi Hexen seid, die Tränke brauen, in der Stadt irgendwelches Unwesen treiben und dadurch quasi ihre Siegpunkte sammeln. Das ist trotzdem Eurogame. Aber ihr habt einen ganz interessanten Action-Selection-Messianismus, wo ihr quasi, es gibt neun Aktionen und die werden heimlich gewählt. Also jeder wählt eine und wenn halt mehrere Leute das Gleiche wählen, wird die Aktion verstärkt. Aber das ist halt dann auch mehr Aufsehen bei den Dorfbewohnern zu sein. Also da muss man immer so ein bisschen aufpassen, wie stark wird die Aktion. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn die Dorfbewohner es quasi merken. Wahrscheinlich muss man dann irgendwie an Pranger oder sowas in der Art. Also irgendwie sowas stand auch da. Das fand ich tatsächlich ganz interessant. Und es steht halt da, dass extrem viel Spieler-Interaktion ist. Und das hat mich dann nochmal so ein bisschen gecatcht. Ehrlich? Ich hatte mir damals den Kickstarter angeguckt und hatte gedacht, boah, da ist ja null Spieler-Interaktion drin, deswegen bin ich nicht reingegangen. Stand, ne, stand wirklich drin. Also es war wirklich auch der erste Satz, was da gleich stand. Okay. Highly interactive irgendwie. Deswegen habe ich es jetzt auch nochmal genau mehr angeschaut. Hatte mir dann auch von anderen Erklärungen angeguckt und dachte, gut, da macht ja jeder seinen eigenen Krams und deswegen bin ich nicht reingegangen. Okay, interessant. Nein, danke. Deswegen schauen wir einfach mal, wie es denn ist. Also es ist leider auch nicht ganz günstig. Trotzdem wieder 65 Euro. Ist jetzt auch nicht mega teuer, weil mittlerweile alles 100 kostet, aber trotzdem jetzt nichts, wo man sagt, nehme ich mal einfach so mit. Aber wir können es uns ja vielleicht mal anschauen. Mindclash und Skellig hat das dabei. Können wir bei Skellig einfach mal schauen. Genau, sonst hat man halt verschiedene Aktien, wo man Tränke braut und so eine Sachen. Aber das ist das Letzte, was ich hier noch kurz erwähnen wollte, weil es ja wahrscheinlich auch kein krasser Underdog ist. Hat man auf jeden Fall schon mal von gehört. Aber das kann man auf jeden Fall auch auf der Messe kaufen. War halt ein Kickstar, der auch relativ erfolgreich war von denen. Okay. So. Übrigens nicht wundern, für die, die das Video gucken. Mein Kleiner ist heute krank, aber das soll uns nicht davon abhalten, jetzt noch den letzten Underdog zu erwähnen. Ihr könnt hier bloß seinen Haarschopf sehen. Hinter dem Mikrofon. Mein Mikrofon ist jetzt quasi behaart. Du kommst noch nicht ins Internet, ne? Nein. Sitzt da hier mit seinem Nuckel. So. Und zwar habe ich noch, pass auf, es heißt Combo Fighter. Combo Fighter. Genau. Fighter mit A am Ende, oder? Ach, es gibt nur eins von 2019. Da kam tatsächlich die erste Edition raus von dem Spiel. Und jetzt hauen sie die nächsten zwei raus. Die beiden, die das gemacht haben, die waren anscheinend damals sehr, sehr große Fans von Street Fighter und diesen ganzen Spielen. Diesen Arcade Games, die es gab. Und haben sich überlegt, wie können wir das als Brettspiel umsetzen. Und haben dann halt Combo Fighter erschaffen. Ein Spiel, bei dem sich jeder halt am Anfang so einen Kämpfer aussucht. Und ein Deck von Karten bekommt. Und dann gibt es halt so ein, wenn du das mal offen hast. Es gibt so ein, wenn du so ein Charaktersheet offen hast. Es gibt so ein kleines Rondell. Gelbe Karten schlagen blaue Karten. Blaue Karten schlagen rote Karten. Und rote Karten schlagen gelbe Karten. Und dann steht halt so da drüber, was haben die so an Anzahl an Karten. Und zum Beispiel die, die ich hier jetzt offen habe, die hat extrem viele rote Karten. Das heißt, sie macht super viel Schaden. Aber wenn sie zum Beispiel eine rote Karte ausspielt, um Schaden zu machen und jemand spielt eine blaue Karte, was dann halt so ein Ausweich-Move ist, dann würde der in dem Moment am Drücker sein und hätte die Möglichkeit, einen Treffer zu landen. Und wenn du eine Karte ausspielst, hast du auf deinen Karten auch immer verschiedene Symbole drauf. Und wenn du noch mehr Harnkarten hast, die halt eben genau diese Symbole bedienen, dann kannst du eine Kombo abziehen. Und damit kannst du dann halt extra viel Schaden machen. Es ist so ein bisschen so ein kleines Glücksspiel, aber auch so ein kleines Mindgame so ein bisschen mit, wenn man dann halt eben gucken muss, okay, was hat der Gegner für Karten? Okay, er hat besonders viele rote Karten. Er hat aber auch schon sehr, sehr viele rote Karten gespielt. Wird er jetzt noch eine spielen oder was spielt er jetzt? Und dann, wir wählen halt immer jeder eine Karte aus, knallen die auf den Tisch, drehen die danach um und sehen dann, wer am Drücker ist und Schaden machen kann oder eine Kombo abzieht. Das soll relativ witzig gemacht sein, weil jeder Charakter auch noch so einen kleinen Kniff mit sich bringt. So eine Spielrunde dauert tatsächlich wohl nur zehn Minuten. Das heißt, man kann sich da relativ kurzfristig die rüber einhauen. Ich habe mal so geguckt, also es gibt ja auch wirklich welche, die sind besonders schnell und können gut ausweichen, die Charaktere. Die machen dann halt aber auch nur so zwei oder mal drei Schaden. Es gibt ja einen, der heißt Boris Wolfram. Der kann dann halt mit seinem Schlag eben auch mal acht oder neun Schaden machen. Also der rasiert dich richtig, wenn er trifft. Aber dafür ist es halt schwer, mit ihm zu treffen und dann halt eben auch diese Kombo abzuziehen. Finde ich irgendwie ganz niedlich, muss ich sagen. Ich weiß nicht, das kann auch sein, dass mich das Spiel total ankotzt, wenn wir beide voreinander sitzen und ich dreimal hintereinander eine Karte lege und du die Counterkarte dazu spielst. Dann habe ich es mal wieder schön mistig runtergespielt, aber die haben gesagt, das ist wohl ganz witzig. Du musst mal reingucken jetzt bei Shut Up and Sit Down oder irgendwie so, der YouTube-Kanal. Die haben gleich am Anfang so einen extrem witzigen Moment in ihrem Intro drin, wo er einmal dasteht und sich so als Fighter dreht. Und dann haben sie die Kamera genauso gelassen, wie sie ist. Und sein Kompagnon dreht sich auch als Fighter. Das Problem ist, er ist gute 15 Zentimeter kleiner. Sieht bei gleicher Kameraeinstellung extrem witzig aus. Das Spiel würde ich mir auf jeden Fall mal mit dir angucken. Da können wir halt auch in zehn Minuten mal ganz entspannt eine Runde runterreißen. Und wenn es gefällt, wird es wahrscheinlich nicht teurer sein. Der Artstyle könnte irgendwie ein bisschen cooler sein. Ich mag den nicht ganz so, muss ich sagen. Die hätten noch ein bisschen abstrakter sein können oder ein bisschen mehr Streetfighter oder irgendwie so in die Richtung. Es ist okay. Hätte besser sein können. Aber ich würde es mir auf jeden Fall mal angucken, weil irgendwie gefällt mir die Idee. Und mal schauen, ob mir das Spiel gefällt. Ja, damit haben wir euch auf jeden Fall noch ein paar Underdogs serviert. Ihr habt ja schon einige von euren Underdogs unter unser anderes Video gepostet. Wenn noch jemand von euch das hier sieht und sagt, ich habe auch noch einen gefunden, den habe ich noch nicht gepostet, packt ihn gerne in die Kommentare rein. Wenn er uns interessiert, wir haben ja auf der Fahrt nach Essen so viel Langeweile. Vielleicht machen wir noch den einen oder anderen Short oder Instagram Story, wo wir kurz das Spiel erwähnen. Ansonsten hat uns Stefan Godot seine drei Hidden Champions verraten, unter anderem auch das Spiel Aeon, wo wir auf jeden Fall auch vorbeischauen werden, was ich super interessant finde. Wenn ihr da aber genauere Infos haben wollt, dann klickt einfach jetzt hier nach diesem Video auf unser Interview. Wieder ein Video mit Stefan Godot und schaut euch an am Ende des Videos, welche drei Titel er hervorgehoben hat, was er sich eingucken will. Das waren eigentlich auch alles drei Underdogs und nichts, was jetzt groß gehypt wurde. Ja, dann sind wir durchgekommen, oder? Ja, sind wir durch. Diesmal ist es, glaube ich, ein bisschen knackiger geworden als die letzte Episode, aber vielleicht sind ja ein, zwei Titel dabei, die euch interessieren. Sonst gerne, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um dran zu bleiben. Es kommt noch mehr Messe-Content, vor allem auch bei Instagram gerne mal reinschauen. Da wird auf der Messe, denke ich, auch einiges kommen. Martin und ich sind nämlich das erste Mal zu zweit auf der Messe. Überhaupt auf der Messe. Ja, das ist wirklich, genau, dann soll es das auch schon gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sind die Jungs vom Miepel und sagen Tschüss und Tschau bis zum nächsten Mal. Tschüss.